ARD Text im Auftrag von Funk Nein, wir haben nicht so viele Hör auf damit! Au man, au! Doch nicht auf mich schießen! So böse, ne? So, jetzt verarzte mich Tu es Du es Pass auf wo du hinziehst Ich mach dich Ja, los, mach Aufnahmen hoch Ja, schon lange starten Ja, Jolo, der wär so viel zurück Mann, 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 Mann Okay, ich hab ein Problem Ja Ich spiel halt mit nem Gas-Kanister runter Hey, das ist echt nicht drin! Alter, diese Waffe verbraucht viel zu viel Munition Du bist schon wieder voll lowlife Ja, wenn man mir nen Headshot gibt direkt in der Safebase Aber selber Hier sind Mollys Perkline Ein Bayonet Nimm mal Was? Was bei dir will? Bleib bei dir Eip Ich glaub der wollte ein Table Dance abgeben hier Mhm Hab ich auch so ne Table Dance abgeben Woher hat der eigentlich seine M16 raus? Was? Ah Er hat so'n Fefe Schwach Okay, hier gibt's nichts Und hört jemand husten Okay, hier gibt's nichts Ich hab Oma Ich hör dich kotzen Da war der Smoker Oho, hallo Ich seh Zombies So, hier hat nen Hunter Uh, Rohrbomben Wird so Rohrbomben? Ich hab auch Moly Nimm ich halt die Rohrbomben Ich hab auch Moly Nimm ich halt die Rohrbomben Was ist denn du? Was ist denn du? Hier am Feuer Burn, baby, burn Achtung Boom Yo Uh, Auto-Shotgun Attacken Nehm ich Rohrbomben nehm ich mal diesmal Zweite Pistol Was ist denn? Ne, aber da ist nen Zombie nix an dir Ne, aber da ist nen Zombie nix an dir Wer denn? Okay Tabletten 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 Die könnte ich nicht Nimm die Pillen Ja, ja Gezogen Oh, das bist du Sorry Ich hab den grad mit dem Stuhl in Mann, das sah doch nicht aus Mann, das sah doch nicht aus Geh voll, Paul Ich weiß wie man die Rohrbomben richtig einsetzt, meine Frau Nehm die Nehm die Oh, Rohrbomben Ich brauch Tabletten Ich hab Tabletten Wie geb ich dir die überhaupt? Ah, komm mal her Okay, guck's auf, ich nimm das Brrrrbomben 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 Oh, oh, tank 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 Was ist denn? Ja, dann mal los Weiter nach Aufgewicht Ich muss mich mal heilen Ja, mach mal Äh, solltest du vielleicht auch mal machen Hier, Moni Wir sind schon hier Okay, vielleicht kommt das wieder Oh, nee Munition Von der Etappe Ich find's so cool wie die so wegfliegen von der Shortgun So cool Mobben wir sie Hi Bots sind halt besonders intelligent Bots sind halt besonders intelligent Bleib in Bewegung hinter uns Ich hab Autoshotgun viel besser Außerdem ist es die M16 Also bitte Also bitte Du solltest dich vielleicht mal heilen Du solltest dich vielleicht mal heilen Ja, ich komme Ja, ich komme Karma Ja, da geht's Hier anfangen Wenn ich die mal nehmen könnte Ey, nimm du mal auch Ey Ich hab noch Molly bei euch Ich hab noch Molly bei euch mit Tränken und so in dieser Wandzeug Oh, Medic Oh, Medic Oh nie Oh nie Gute Jo Jo Okay Und dass die Na Es geht Wanne Entwirkung An Wie Entwirkung Ich hab mich bereit für den nächsten Noch alles unter Kontrolle Was willst du? Da kommt ein Tank Nee, ich wollte nur die Zombies abbrechen, die jetzt auch noch dazukommen Tank Buster, hab ich grad bekommen Nein, GZ Junge, GZ bei Level Up, yo Ich hab Pipes Kann ich werfen? Kann ich werfen? Kann ich werfen? Kann ich werfen? Ja, das wird witzig Ich hab Benzilkern jetzt dran Kann ich werfen? Kann ich werfen? Kann ich werfen? Ja, ich hab grad eigentlich Ich hab grad eigentlich Okay Kann ich werfen? 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 Er ist dort Das ist aber hübsches Nein, sorry, komm her Ist er grad hier? Ja, ich verbrenne oder? Ich kann nicht rein, los komm rein Haben wir grad ein Bild draußen gelassen? Warte mal, ist das das zweite Mal, dass Bild stirbt? Äh, ich glaub schon Vielleicht Bild? Ich sollte vielleicht mal Bild spielen, damit er nicht die ganze Zeit abkackt Na gut Kannst du die meisten das ändern? Ja, Molotovs, das war ich Guck mal, ob ich da mal kenne Ja, 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 ja Guck mal, ich hab am meisten Ich hab auch am wenigsten Schaden erlebt Yeah Oh, ich hab 18 Mal Verbündete getroffen Ups Du aber auch Hoppla Du, Glauigkeit Achtung, scheiße Ja Sorry, 48er Voll der Wallhacker 75 Nee, ich überspringe nicht Epic Warum nicht? Äh, wie lange haben wir jetzt gespielt? Hast du das gesehen? Keine Ahu Okay, gut, egal Ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Äh, äh, bei der nächsten, ähm, müssen Hier bei der nächsten Kampagne Und zwar Todeszone Oh, das war ein, okay Haut rein, ciao Ciao